guten morgen meine liebe youtube community heute mal einen kleinen video von destiny mit den sterling schatz hier mache ich das erste auf und was ist drin ein spektra robe ford booster und gelbe chromatik da mache ich jetzt das zweite auf da ist drin spektra helm also für den jäger der andere war für den warlock das ist für den jäger mit chromatik und das nächste ist eine spektra weste für den jäger werde ich auch gleich noch zeigen ich bin jetzt mal auf dem jäger da ist noch ein paar blaue sachen und so engramme sammle ich auch schon freitag gibt es nämlich dann einen kleinen engramm tag so ich habe da immer mein exotiken in den ledern invodiert weil ich bin nicht sondern der brauche exotik so das war es dann aber auch das war so ein kleines sterling schatz obbing welche noch in der überstreffen schreiben dann bis später beim freitag im engramm tag auf ich kriege noch ein paar exotik und so bild dann und so Untertitelung des ZDF, 2020